So und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf BeetleGang. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing. Wie ich schon im letzten Video von mir gesagt habe, werde ich mehr mit Amphibien machen. Also wird dieses Tier kein Insekt sein, sondern ein Amphib. Und ja, P-Pack. Und hier ist es. Wunderschön. Ich brauche mal ganz schnell Schiegel. Vielleicht seht ihr schon ein bisschen. Ja, hallo. Wunderschönes Tier. Ceratopris. Granvelli. Weibchen. Dieses Tier ist jetzt ungefähr zwei Jahre alt. Und ja, sehr schöne. Dame hier auf jeden Fall. Schön groß. Die Tiere können 16 Jahre in der Haltung werden. Also die hat noch ordentlich. Wund 17 Zentimeter. Also die ist auch noch nicht ausgewachsen. Die ist aber schon auf jeden Fall fett. Also. Nicht gerade ein kleines Tier. Und ja. Sehr schönes Tier. Ich freue mich, dass ich sie habe. Ähm. Ich hatte schon mal einen Handschuhforschleiders. Der eingegangen. Und ja. Jetzt ist es mein neues Tier. Sehr schönes Weibchen. Sehr schönes Koche. Das ist aber恐逆. Und das war. Ja. Ja. Dannpuh. Ja. Ich habe mir gut. You always miss out my eyes